Musik Mein Name ist Ulrike Krösch und ich öffne Türchen 11. Biedes Skifahren in die Rhönkum Die Rhön ist mit Irneberg und Heng ein hervorragend geeignetes Gebiet am Schneeschur zu fahren. Für über 130 Jahre kam ein paar Kreuz aus dem Turnverei Gerschfeld auf die Idee, auch im Winter bei Schnee die Berge mit schmalen Brädern raufzusteigen und dann wieder nachzufahren. Der Gerschferler Landbriefboot Georg Müller war 1892 mit ein paar Schneeschuhen ausgerüstet, um die Arbeit zu erleichtern. Schade Schon am zweiten Tag hat er mit den Brädern einen Unfall und so kriegte damalig Bürgermeister Peter Seifert die Ski überreicht. Er war mit bei der Erste, wo auf Ski die Berge bestiegen hat und da dabei hat er gesehen, wie schön die Landschaft bei Schnee ist. Schon für die Jahrhundertwende, genau 1897, fing in Gerschferler Schreiner an, Schneeschuhe herzustellen. Es wurde eine Wendersportverein gegründet und norwegische Skiläufer Hondan Öngericht im Skifahren gegar. Das Erste Wendersportfest von 1914 statt und eine Skispringe wurde als Wettkampf ausgerichtet. Eine Großsprungschanze stand am Reesberg, heute im Truppenübungsplatz Weltflecke. 1950 sprongen erstmals mutige Männer auf die Schanze. Der Weidesprung war damals 56 Meter. Ein Jahr später kam dann der Schanzerekord mit 72 Meter dazu. Das Gebiet mussten wir leider aufgaren, da es im Truppenübungsplatz Weltflecke lag. Ein Ersatz wurde am Simmelsberg geschaffen. Da sind heute noch die Schanze durch zu sehen. Weitere Sprungschanze gab es und gibt es in Böscheme und Bopperhause. Heute fängen Wendersportler im Gebiet am Gerstfeld und Rotesmoor 60 Kilometer gespurte Läufe. Auf der Wasserkuppe übern Hause und im Simmelsberg stände Leut sechs Lifte für Abfahrt zur Verfügung. Weitere Läufe und Lifte fängen Wendersportler in der Bayerischen Rhön. Der Wendersport ist bei uns ein festes Bestandteil des Tagestourismus. Und so kommen jedes Jahr tausende Sportler und Besucher in die Rhön. Und jetzt erzählt euch der Gustav Schleicher, wie es früher wirklich war. Ich bin der Gustav aus Gerstfeld, geboren sind ich in der Keppelbich, das 1938 abgeziedelt worden ist. Da war ich 30 Jahre alt. So, nun will ich halt mal ein bisschen was erzählen, wie das bei dem Skifahren bei uns oben angefangen hat. Also angefangen haben wir mit abgelötschten, hölzeren Schuhen, ohne Absatz. Und da hatten wir unten im Förderdorf so eine schöne steile Böschung. Und da sind wir immer rau geschuppert. Ja, das ging schnell. Und unten war so ein Mulde drin. Und da hatten wir ein Tempo drauf, das hat uns meistens rausgeschläutert. Und später hat uns dann unser Papa, da war ja ein Schreiner, der hat uns ein paar Schneeschuhe gemacht. Die wurden aus Öscherholz gemacht und zugeschnitten und gehöbelt. Aber alles mit der Hand. Maschine gab es damals noch nicht. Und dann kommen sie in ein Wasserschiff vom Kohlehardt. Das war immer heiß, da wurden sie reingestockt, dass die Spitze zum Büger war. Da wurde sie auf so ein Gestalt draufgeschraubt und da wurden die Spitze gebraucht. Und dann, also Bindung hatten wir keine auf den Schneeschuhen. Der Papa hat die Schuhe draufgeschraubt. Da hat er immer von unseren Kindern, wir waren sieben Kinder, vom größten Kind hat er die Schuhenrummer genommen und die Schuhe draufgeschraubt. Und die andere, die dann mit wollte fahren mit der Ski, die musste halt zwei, drei Sacken anziehen oder war selber gestreckte Föhrers, dass wir die Schuhe ausgefüllt haben. So hat es uns gegangen. Und gewoxt haben wir sie auch schon, die Ski. Da haben wir mit der Kerze abgestockt und die Kerze drauflas dröppeln und mit so einem alle eisernen Bügeleisen, das stund immer umher, das war immer heiß. Da haben wir sie gebügelt. Ja, und die waren so klar, die haben gelaufen, bei einer. Aber um Ebenen oder wenn sie bei aufging, da konnte man nicht gestehen, sie gingen alle zurück. Weil so klar waren die. Und der Vater hat die nach der Siedlung einen Bauernhof in Rommes gekauft. Das war nicht weit von Kibbelbach. Und da habe ich mich dann weiterentwickelt zum Skifahren. Da war in der Ziegelei und da war der Besitzer, da hat mir ein paar Langlauf-Ski geschenkt. Oh, da habe ich mich gefreut. Von der Zeit an habe ich dann mit dem Langlauf angefangen und habe auch nachher alle Rennen mitgelaufen. Der Hörkalender ist ein Projekt vom Verein Miteinander-Füreinander Oberes Fuldatal, der Mundartgruppen Gersfeld und Weyers sowie dem Projekt Rinka der Hochschule Fulda. Wir danken der Sparkasse Fulda für die freundliche Unterstützung. Informationen zu uns und unseren Quellen gibt es unter www.hs-fulda.de Slash-Hörkalender www.hs-fulda.de